Ja, herzlich willkommen auch nochmal an alle Gäste, ja, wir freuen uns auch, Corey ist wieder da, mal schön, dass du da bist. Ja, wir sind im Buch der Sprüche, Kapitel 24, Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, als sie unterwegs waren und so richtig mit Vollmacht ausgestattet, großartige Dinge bewirkt haben, sie haben böse Geister ausgetrieben in Jesu Namen und sie waren begeistert darüber zu sehen, dass das Böse weichen musste, einfach durch das Wort, was sie gesprochen haben. Und sie kamen zurück zu Jesus und haben gesagt, boah, Jesus, das ist klasse, das ist großartig, was wir alles machen können, was wir alles geschafft haben. Da sagt Jesus, ja, die Macht der Finsternis ist gebrochen. Aber darüber freut euch nicht, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und wo Jurek das gebetet hat, Geschwister, ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, ganz wichtig ist, immer wieder auf dieses Fundament zurückzugehen, auf dieses Fundament zu schauen, sich nicht von diesem Fundament wegzubewegen. Das ist die Liebe Gottes zu uns, dass wir seine Kinder sind, dass er uns gerettet hat, dass wir sein sind, dass er uns mit Namen kennt. Und wisst ihr, diese Dinge, an diesen Dingen müssen wir uns immer wieder neu begeistern. Auf diese Dinge müssen wir schauen, in diese Dinge müssen wir uns vertiefen. Auf ihn schauen, in sein Angesicht, das uns zugewandt ist, mit Liebe. Weißt du, wenn du Jesus nicht hast, dann hast du auch den Vater nicht. Und wenn du die Liebe Gottes in dir nicht hast, dann ist alles, was du tust, nichts. Vergiss es. Deswegen ist es so wichtig, da immer wieder zurückzukehren, zu dem Punkt, wo du neu dein Herz wieder öffnest, dich neu erfüllen lässt von dem Heiligen Geist, von seiner Liebe, sodass dein Leben fruchtbar ist, dass dein Leben wächst und gedeiht. Und das ist Gottes Wunsch für dich, für mich, für uns alle, für alle seine Kinder. Und auch für die, die noch nicht seine Kinder sind, auch für sie ist es der Wunsch Gottes, dass sie nicht verloren gehen, sondern dass sie die Liebe Gottes erfahren, dass der Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohnt, wie wir es vorhin gehört haben. Und jetzt gehen wir in Sprüche 24 hinein und lesen Abvers 27, weitere Sprüche von Weisen. Besorge draußen deine Arbeit und bestelle sie dir auf dem Feld. Danach magst du dann dein Haus bauen. Was ist das für ein merkwürdiger Spruch? Es bezieht sich darauf, dass wenn du damals in Israel, du hattest vielleicht ein Stück Land, wenn du dich mit dem Bau deines Hauses beschäftigst, aber das Feld vernachlässigst, dann hast du vielleicht irgendwann ein schönes Haus, aber dann hast du nichts zu essen. Und ein schönes Haus haben, in dem du dann schön sterben kannst, bringt dir nichts, sondern schaffe zuerst für deinen Lebensunterhalt, dann kannst du dein Haus bauen. Das ist eigentlich ganz logisch, oder? Aber leider Gottes sind wir manchmal so dusselige, dumme Schafe, die die Reihenfolge verwechseln, die die Prioritäten im Leben nicht richtig setzen, die das, was noch warten kann und soll und muss, zuerst machen und das, was eigentlich getan werden muss, auf die lange Bank schieben. Und am Ende haben wir den Salat. Dann kommen wir nicht klar mit unserem Leben, dann geraten wir in viele verschiedene Probleme und Nöte hinein. Wisst ihr, und viele Probleme und Nöte, in die wir als Menschen hineingeraten, sind selbst gemacht. Weil wir in unserer Dummheit, in unserer Torheit nicht den Ratschlag, den die Weisheit Gottes befolgen, nicht uns von der Weisheit Gottes leiten lassen, sondern meinen, wir wissen es besser. Weil wir in unserer Sündhaftigkeit ein großes Problem haben, Dinge anzugehen, die uns keinen Spaß machen. Oder vor denen wir Angst haben, weil wir denken, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Dann schiebe ich es erstmal zur Seite. Aber Gott sagt, geh das an, was wichtig ist, das was Priorität hat, geh es an, mach das zuerst, damit du nicht am Ende in deinem toll gebauten Königreich, in deinem toll gebauten Haus, wo du so viel Zeit investiert hast, vor Hunger stirbst. Wisst ihr, das hat ja auch eine geistliche Komponente, dass wir das zuerst tun, was vor allen Dingen wichtig ist. Jesus hat das gesagt, als er gehungert, gefastet hat und der Teufel ihm gesagt hat, hier, mach doch aus diesem Stein Brot. Da hat er gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes ausgeht. Wisst ihr, und dieser Körper, der vergeht irgendwann, aber unsere Seele, unser Leben wird ewig Bestand haben und da ist es wichtig, dass wir unsere Seele mit dem Richtigen füttern. Wir können alles Mögliche tun, um unser physisches Leben zu erhalten, aber irgendwann ist es vorbei. Und da ist es wichtig, dass unsere Seele gestärkt ist, um diesen letzten Weg, diese letzten Herausforderungen in unserem Leben meistern zu können, um dann in die ewige Gemeinschaft mit Gott einzugehen. Und dazu gehört, das zu beherzigen, was Gottes Wort uns nahe legt. Freue dich über die richtigen Dinge. Konzentriere dich auf die wichtigen und richtigen Dinge. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und Gott wird dir das geben, was du brauchst. Mach dir keine Sorgen um die Alltäglichkeiten. Dieser Vers besagt natürlich auch noch etwas anderes. Das Haus bauen, das kann natürlich auch bedeuten, eine Familie gründen. Und dieser Vers sagt uns auch, wenn du eine Familie gründen willst, wenn du heiraten willst, dann musst du Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung übernehmen, das zeigst du darin, dass du erstmal für dich selber sorgst. Wer es nicht gelernt hat, für sich selber zu sorgen, wie soll der für jemand anders sorgen? Das ist ein Grundprinzip auch in der Gemeinde. Da sagt Paulus, wenn jemand in der Gemeinde Verantwortung übernimmt, dann soll er zuerst in seinem Haus ein guter Haushalter sein. Jemand sein, der Verantwortung übernimmt für sein eigenes Leben, für seine Familie. Wenn er das gut macht, dann kann er auch in der Gemeinde Verantwortung übernehmen. So ist es aber hier schon mit der Familie, wenn jemand gut für sich selber sorgt. Wenn jemand Verantwortung für sich selbst übernimmt und das ist das, was Gott eigentlich sagt, wenn er in 1. Mose 2 sagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Auf eigenen Beinen stehen, Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen. Ja, und für seinen Lebensunterhalt sorgen. Das ist das Prinzip, was Paulus sagt in Epheser 4. Diejenigen, die gestohlen haben, er macht es fest an den Dieben, die, die als Diebe gelebt haben, die, die gestohlen haben, sollen nicht mehr stehlen, sondern, was sollen sie tun? Mit ihren eigenen Händen arbeiten, damit sie sich selbst versorgen können, nicht abhängig sind von anderen, sondern sich selbst versorgen können und darüber hinaus auch noch anderen etwas weitergeben können. Gerade junge Geschwister, nehmt diesen Rat Gottes an. Das sind die Prioritäten Gottes, das ist wichtig für euer Leben. Diese eigene Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben, das ist dann eine gute Grundlage, um auch eine Familie zu gründen. Wir gehen weiter in Vers 28. Werde nicht ohne Grund Zeuge gegen deinen Nächsten. Willst du etwa täuschen mit deinen Lippen? Das bezieht sich natürlich auf das Gebot. Gott, du sollst nicht falsches Zeugnis geben gegen deinen Nächsten. Eins der zehn Worte der grundlegenden Gebote des Bundesgottes mit Israel. Aber es ist ein grundlegendes Prinzip. Gott ist ein Gott der Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er hat uns, oder seine Jünger, aber jeder einzelne von uns, ist es auch. Wir singen das immer schön zu Ostern, dieses alte Lied, das Auferstehungslied. Jesus lebt, Halleluja. Und hunderte von Zeugen haben ihn gesehen, aber das größte Zeugnis ist in mir geschehen. Wir sind berufen, seine Zeugen zu sein. Wir sollen von Jesus zeugen. Und was ist Jesus? Die Wahrheit. Wenn wir anfangen, dass unsere Worte lügnerisch sind, wenn wir unsere Worte, unseren Mund dazu gebrauchen, Lügen hervorzubringen, wird das Zeugnis von Jesus untergraben. Wir sind dann Zeugen der Wahrheit, wenn wir die Wahrheit sprechen. Deswegen sagt Paulus in Epheser 4, Vers 25, ist immer gut, wenn ihr eure Bibel übrigens dabei habt. Früher waren wir die Bibelraschlergemeinde. Das hat irgendwie nachgelassen. Ich weiß nicht, weil ich es nicht mehr so oft sage. Smartphones. Ja, das ist wirklich, also ich weiß es nicht, ob das gut ist. Wisst ihr, mit dem Smartphone, das hat so seine Vorteile. Man kann das so klein und handlich in die Tasche packen, aber ich weiß nicht, was ihr mit euren Smartphones den Gottesdienst über so alles macht. Lest ihr wirklich die ganze Zeit nur in der Bibel? Ich weiß nicht, wer sich jetzt angesprochen fühlt. Fühl dich angesprochen. Wenn es dir nicht gelingt, mit deinem Smartphone den Gottesdienst über die ganze Zeit in der Bibel zu bleiben, dann lass es zu Hause und nimm deine Bibel mit. Wenn du aber frei bist im Herrn und die ganze Zeit dein Smartphone auf, wie heißt das, Flugmodus hast und den ganzen Gottesdienst über nur in deiner Bibel-App bist, okay. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Es liegt nicht am Smartphone, es liegt hier dran. Ist so. Und wenn wir mit der Freiheit nicht umgehen können, dann müssen wir selber einen Weg finden, wie wir unserem Fleisch einen schönen Rahmen geben, damit das Fleisch nicht so wirken kann, wie es gerne möchte. Okay, also Epheser 4, Vers 25, 25 habe ich gesagt, ja, 25. Wisst ihr, es ist ja auch so mit der Bibel, es ist, das ist das Wort Gottes. Darin redet Gott zu dir, zu mir, unser Vater. Wenn du sagst, ich höre Gott nicht, ich sehe Gott nicht, ich weiß nichts von Gott. Irgendwie ist Gott mir so fern. Ja, hier, da ist es doch. Schlag es auf, lies darin, lebe darin. Nimm es dir zu Herzen. Lies es so, wie als ob Gott direkt jetzt zu dir spricht. Und sei bereit, darauf zu reagieren, denn das ist das Wichtige. Wenn du dich natürlich hart machst und sagst, ja, ist mir egal, was mein Vater sagt, ich mache hier so, dann ist es vielleicht kein Wunder, dass Gott dann irgendwann nichts mehr sagt. Weil er sich denkt, ob ich jetzt was sage oder nicht, bringt eh nichts. Kommen wir gleich noch zu. Vers 25, deshalb legt die Lüge ab, das Falsche, das Unwahre, legt es ab, redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Das ist Gottes Herz für seine Kinder. Gebrauch deinen Mund nicht zur Unwahrheit. Lass dich nicht missbrauchen für die Lüge, ein Zeuge der Lüge zu sein, sondern sei ein Zeuge der Wahrheit. Wir gehen zurück zu Sprüche. Wer darüber noch mehr hören möchte oder sich damit befassen will, der kann auch noch mal das nachhören. Wir haben ja die Zehn Gebote mittwochs durchgenommen. Du kannst auf der Webseite unter Medien finden, die Predigt dazu. Da hast du ein bisschen mehr noch zu dem Thema. Gut. Vers 29 in Kapitel 24 Sprüche. Sage nicht, wie er mir getan hat, so will ich ihm tun. Will jedem vergelten nach seinem Tun. Das Thema Vergeltung hatten wir schon. Ich gehe trotzdem noch mal drauf ein. Wir schlagen mal auf Matthäus 16, 27. Da sagt Jesus etwas Wichtiges über das Thema Vergeltung. Der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Was sagt Jesus? Es ist wahr. Das, was Daniel beschreibt, es wird wirklich kommen. Der Sohn des Menschen, dieser, der aussieht wie ein Mensch, ja, er wird kommen. In der Herrlichkeit seines Vaters. Das heißt, es ist nicht nur ein Mensch, sondern es ist der Sohn Gottes. Er wird kommen. In der Herrlichkeit seines Vaters. Jesus, wir bekennen ihn als den Sohn Gottes. Die Apostel haben ihn bekannt als den Sohn Gottes und bezeugt, dass er der Sohn Gottes ist. Aber er ist aufgetreten, verborgen. Er ist nicht in der Herrlichkeit seines Vaters. Nein, er ist in einer Futterkrippe, hat er gelegen. Er ist als Zimmermann durch die Gegend gezogen in Galiläa. Er hing am Kreuz als Schwerverbrecher. Der Himmel wurde finster. Er wird aber in der Herrlichkeit seines Vaters kommen. Davon spricht die Offenbarung. Davon spricht die Prophetie. Jesus wird wiederkommen. Das hat er seinen Jüngern gesagt. So die Engel, als Jesus aufgefahren ist zum Himmel, haben die Engel zu den Aposteln gesagt, so wie ihr ihn habt weggehen sehen, so wird er wiederkommen. Jesus kommt wieder. Wir sehen die Nachrichten, wir sehen die Unruhe, die Zeiten, die unruhigen Zeiten, die Naturkatastrophen. All das hat Jesus über die Zeit des Endes vorausgesagt. Jesus kommt wieder. Aber was steht hier, was sagt Jesus selbst darüber, was seine Aufgabe und sein Auftrag ist, wenn er wiederkommt? Vergeltung. Das ist seine Aufgabe. Das ist sein Business. Nicht deins. Nicht meins. Okay? Vergeltung ist Jesus' Business. Nicht mein Business. So einfach ist das. Und deswegen sagt Gottes Wort schon im Alten Testament, sage nicht, ich werde vergelten. Ich werde das, was mir angetan, zurückmachen. Nein, ist nicht meine Aufgabe. Wenn ich das tue, dann greife ich ein, dann nehme ich Jesus etwas weg, was ihm zugesteht, was ihm gehört. Jesus ist der Richter. Dann schlagen wir 1. Petrus 3 auf. Petrus lehrt die Gemeinden. 1. Petrus 3, Vers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Das ist Gottes Wunsch. So soll unser Charakter sein. Fühlst du dich hier gut beschrieben? Gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Wisst ihr, das ist Christus in uns. Und Johannes hat gesagt, er soll wachsen, ich aber will abnehmen. Das ist alles. Verzweifel nicht darüber, wenn du dich hier nicht gut beschrieben siehst. Gott ist an der Arbeit. Und er will das bewirken in dir. Aber sei offen dafür. Streck dich danach aus. Sag, Herr, bitte, verändere mich weiter. Arbeite weiter an mir. Auch wenn es manchmal schwierig ist, anstrengend, nervig ist. Wenn ich immer wieder konfrontiert werde mit meinem Versagen. Okay. Aber wisst ihr, das ist gar nicht weiter schlimm. Weil Jesus uns vergeben hat. Alle vergangene, alle gegenwärtige, alle zukünftige Sünder. Aber streck dich weiter danach aus. Herr, ich möchte mehr so werden. Das soll mein Charakter sein. So wie du bist, so will ich werden. Voller Liebe, barmherzig, demütig. Vers 9. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil. Segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Du bist berufen, den Segen zu empfangen, den Segen Gottes. Deswegen, weil du diesen Segen empfängst, bist du bestimmt dazu selbst, ein Segensspender zu sein. Einer, der Segen austeilt. und nicht einfach nur das Böse, was er erfahren hat, zurückzugeben. Wisst ihr, wir sind Wesen, die reagieren. Etwas trifft uns, etwas kommt auf uns zu und wir reagieren. und das, wovon Gott uns freimachen will, ist, dass wir uns von dem Bösen, was in dieser Welt ist, dass wir davon bestimmt werden und darauf reagieren, sondern dass wir bestimmt sind von der Liebe Gottes. Dass wir reagieren auf die Liebe Gottes, die in unser Leben hineinkommt und dadurch frei sind, auf all das Böse, was auf uns eintrifft, aus dieser Welt reagieren zu müssen. Dazu sind wir bestimmt. Dazu sind wir berufen. Nicht Böses mit Bösen zu vergelten, sondern Segen auszuteilen. Und es gibt im Alten Testament da wunderbare Beispiele dafür, wenn du die mal nachlesen willst, wenn du die Geschichten nicht kennst. Sonst rufe ich sie dir einfach hier nur mal kurz in Erinnerung. In 1. Mose 50, Vers 15 sehen wir am Ende der Geschichte von Josef und seinen Brüdern die Brüder in Angst und Schrecken, weil ihr Vater gestorben ist. Und sie denken, jetzt wo unser Vater tot ist, da wird Josef seinen Zorn über uns kommen lassen. Unser Vater war da immer noch dazwischen und er hat es verhindert, dass Josef so richtig wütend auf uns geworden ist, nach all dem, was wir ihm angetan haben, aber jetzt wird er vergelten. So steht es hier in 1. Mose 50, Vers 15. Als Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sagten sie, wenn nun Josef uns anfeindet und uns gar all das Böse vergilt, das wir ihm angetan haben. Und dann denken sie sich irgendwie sowas aus, womit sie sich selber helfen und schützen wollen. Aber es trifft überhaupt nicht Josef, weil sein Herz ist ganz anders. Josef sagt in Vers 19, fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Ist das nicht interessant? Genau das. Ich mische mich nicht in ein fremdes Business ein. Gott ist der Richter und er ist derjenige, der vergilt. Gott, ich bin es nicht. Ihr zwar hattet Böses gegen mich beabsichtigt, wisst ihr, und diese Haltung heißt nicht, dass wir das Böse gut nennen. Wir sagen damit nicht, all das Böse, was geschieht und alles Böse, was wir auch erleben, ist gut, ist richtig so. Nein, das sagen wir nicht. Nur weil wir nicht das Böse zurückgeben, weil wir nicht vergelten, weil wir segnen, heißt es nicht, dass das Böse gut ist. Josef nennt das Böse hier beim Namen. Jesus hat das auch immer wieder getan. Sünde ist Sünde und bleibt Sünde. Und Gott wird darüber richten. Das ist nicht mein Business. Und es ist nicht das, was mein Handeln bestimmen soll, sondern mein Handeln bestimmt das Vertrauen in Gott, dass er der gerechte Gott ist, der Gerechtigkeit herstellen wird. Und es ist das Vertrauen in den Gott, der all meine Sünde hinweggenommen hat, der mir vergeben hat, der mir Gnade gezeigt hat, sodass ich auch anderen Gnade zeigen kann und im Voraus Gnade schenken kann, mit der Hoffnung, dass ein Menschenherz von dieser Gnade bewegt, erreicht wird und sich bekehrt und umkehrt von seiner Sünde. Und so ist es auch hier. Josef sagt, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Guck mal, das ist derjenige, den sie verraten, verkauft haben, den sie eigentlich schon umbringen wollten. So ist Josef ein wunderbares Zeugnis. Ein anderes Zeugnis von dieser Haltung, Böses nicht mit Bösem zu vergelten, sehen wir in David, dem Vorläufer Jesu, dem Gesalbten. in 1. Samuel 24 und 26 könnt ihr das nachlesen. Und Saul war darüber völlig erstaunt, dass David nicht die Gelegenheit genutzt hat, ihn zu töten, nach all dem, was Saul ihm angetan hat. Und wir sehen aber bei David genau dieselbe Haltung. 1. Thessalonicher 5, Vers 15 Was ist die Schlussfolgerung daraus? Es ist nicht nur eine Lehre, die du dir persönlich ins Herz schreiben lassen solltest. Vergelte nicht Böses mit Bösem, sondern im Gegenteil, segne, selbst da, wo dir geflucht wird. Nein, es ist sogar noch mehr. Hier in 1. Thessalonicher 5, Vers 15 schreibt Paulus an die Gemeinde, an uns alle, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle. Es ist nicht nur eine persönliche Sache, eine persönliche Frage, sondern es ist eine Lebenskultur, die wir als Kinder Gottes leben sollten. Und wir sollen aufeinander Acht haben. Nicht im Sinne einer Polizei. Du hast schon wieder was falsch gemacht. Du hast wieder was falsch gemacht. Nein. Jesus hat gesagt, wenn du anfängst, am Splitter eines anderen rumzudoktern, hey, achte mal auf deinen Balken in deinem Auge. Ja, es geht zuallererst um mich, dass ich Gottes Wort ernst nehme und annehme und darüber nachdenke. Und bevor ich anfange, jemand anders zu kritisieren, sollte ich mich erst mal selber fragen, hey, ist das Problem, was ich mal bei meinem Bruder sehe, nicht auch mein Problem? So sollte ich anfangen. Damit ich in der Demut mit meinem Bruder über diese Dinge rede, die ich gesehen habe, die ich festgestellt habe. Hey, du bist hier voll drin im Böses mit Bösem vergelten. Aber Gott hat gesagt, dass wir das nicht tun sollen. Ich brauche Weisheit dazu, einen Bruder zu erreichen, einen Bruder zu gewinnen, eine Schwester zu gewinnen. Darüber haben wir uns auch Gedanken gemacht. Aber hier geht es eben um diesen Punkt. Böses mit Bösem zu vergelten, sollte in der Gemeinde Gottes nicht passieren. Auch darüber hinaus nicht, nach außen hin. Geschwister, das sollte nicht unser Herz sein, Böses mit Bösem zu vergelten. Vergeltung ist Jesus-Business, nicht unser Business. Wir haben einen anderen Auftrag, wir haben eine andere Aufgabe, Liebe in diese Welt hineinzubringen. Gnade, Barmherzigkeit, Segen, das ist unsere Aufgabe. Deswegen, achtet darauf, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt. Wisst ihr, wir leben in der Gemeinde Gottes nicht unser Privatleben, kommen sonntags hier zum Gottesdienst, hören uns irgendwie die Predigt an und gehen dann wieder auseinander und leben dann wieder unser Privatleben. Nein, wir sollen aufeinander Acht haben. Und das war jetzt echt schwer, die ganze Zeit der Corona-Zeit über. Lass uns aber daran bleiben, dass wir miteinander leben und so einander helfen, in dieser Lebenskultur zu leben, die Gott uns ins Herz schreiben will, diesen Charakter auszubilden. Dazu hat er uns in eine Gemeinde hineingestellt, dass wir einander darin behilflich sind. Ich brauche Hilfe dabei. Du brauchst Hilfe dabei. Wir gehen zurück zu Sprüchen. Viel Zeit. Okay. Vers 30. Am Acker eines Faulen kam ich vorüber und am Weinberg eines Menschen ohne Verstand. Und siehe, er war ganz in Nesseln aufgegangen, seine Fläche war mit Unkraut bedeckt und seine steinerne Mauer eingerissen. Und ich schaute es, ich nahm es mir zu Herzen. Ich sah es, nahm mir daraus die Leere. Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Händefalten, um auszuruhen. Und wie ein Landstreicher kommt deine Armut und dein Mangel wie ein unverschämter Mann. dieser Schluss, den haben wir schon gelesen in Sprüche 6, Vers 10 und 11. Es ist einfach nur mal noch meine Erinnerung. Auf die lange Bank geschoben. Das Wichtige, was wir vorhin hatten. In sehr schönen poetischen Worten gefasst. Kapitel 25, Vers 1. Auch dies sind Sprüche Salomos, die die Männer Hiskias des Königs von Judah zusammengetragen haben. Hatte ich schon vor zwei Wochen, glaube ich, mal was zu gesagt. Hiskia war ein gottesfürchtiger Mann. Er hat sich besonnen auf seine Vorväter, auf David. Und ihm war es wichtig, die Sprüche Salomos, die noch nicht aufgeschrieben waren, noch einzusammeln. Und er hat so einige dazu gesammelt, die bisher noch nicht aufgeschrieben waren. Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, die Ehre der Könige aber eine Sache zu erforschen. Was für ein merkwürdiger Vers. Gottes Ehre ist eine Sache zu verbergen. Das ist Gottes Ehre nach dem Sündenfall. Gott hat den Menschen geschaffen, um mit ihm in Einklang zu leben, in Liebe, in Gemeinschaft. Dafür hat er den Garten Eden geschaffen und er wandelte in der Kühle des Abends durch den Garten und hatte eigentlich die Gewohnheit, mit seinen Kindern, mit Adam und Eva spazieren zu gehen, mit ihnen zu quatschen. Ich weiß nicht, was er alles noch mit ihnen gemacht hat, aber sie hatten Gemeinschaft miteinander. Und dann kam der Sündenfall, das Misstrauen, die Lüge und es hat alles zerstört. Und wisst ihr, das mit dem Verbergen, das hat bei Adam und Eva angefangen. Sie haben sich versteckt. Sie haben sich Schurze gemacht und sich voreinander versucht zu schützen, weil sie gemerkt haben, dass da etwas Böses ist in ihnen selbst und in dem anderen. Und weil da Angst war vor Gott. Deswegen haben sie sich verborgen, versteckt. Da ist Trennung hineingekommen. Wisst ihr, und wenn dann heißt, Gottes Ehre ist, eine Sache zu verbergen, dann hat das eigentlich folgende Bewandtnis. Es hat zwei Seiten. Das eine ist, dass Gott tatsächlich keine Gemeinschaft mit der Sünde haben will und haben kann. Deswegen gibt es eine Trennung. Er verbirgt sich selbst tatsächlich vor den sündigen Menschen. Denn er sagt, wenn du als sündiger Mensch mich siehst, wirst du sterben. Du kannst in das heilige Angesicht Gottes nicht schauen als sündiger Mensch. Das hat auch Mose gesagt. Obwohl Mose ein treuer Diener Gottes war. In 2. Mose 33 sagt er, sagt Mose, ich möchte dich sehen in deiner Herrlichkeit. Und Gott sagt, das geht nicht. Kannst du nicht. Ich werde dir etwas von mir offenbaren, aber du kannst mein Angesicht nicht schauen. Gottes Ehre ist eine Sache zu verbergen. Er verbirgt sich selbst vor uns. Warum? Weil er keine Gemeinschaft mit der Sünde haben kann und haben will. Aber selbst da, wo wir uns danach sehnen, wo wir zu ihm hingelangen wollen, selbst da zeigt er sich uns nicht in seiner ganzen Herrlichkeit. Warum? Um uns zu schützen. Weil er uns liebt. Gottes Ehre ist eine Sache zu verbergen. Es ist so, wie Jesus sagt, Matthäus 7, Vers 6, wie er es seine Jünger lehrt. Und die Dinge, die Gott uns lehrt, sind normalerweise die Dinge, die er selber tut oder die er selber auf dem Herzen hat. So sagt ein Matthäus 7, Vers 6, interessanten Vers, gebt nicht das Heilige den Hunden. Werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Das macht Gott auch nicht. Gott gibt das Heilige nicht einfach den Sündern preis. Gott sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Aber Gott möchte gesucht werden. Weil wenn wir Gott nicht suchen, dann sind wir wie Hunde, dann sind wir wie Schweine, die das Heilige mit Füßen treten. Wenn wir aber an den Punkt gekommen sind, wie der verlorene Sohn, der bei den Schweinen saß und erkannt hat, dass er eigentlich ein Schwein ist. Wenn wir dann uns besinnen und sagen, ich will umkehren, ich will meine Sünde bekennen, zurück zum Vater kommen. Wisst ihr, was dann der Vater macht? Er offenbart uns sein Herz und öffnet uns die Arme und wir kommen nach Hause. Und das hat Gott angefangen in uns. Erste Korinther 1. Korinther 13 Paulus sagt Vers 9 in Kapitel 13 1. Korinther Wir erkennen stückweise, wir weissagen stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind, als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich. Die Spiegel damals im Altertum waren nicht so wie unsere Spiegel, sondern waren eher so Metall oder so, wo du dich so eher undeutlich drin sehen konntest. Jetzt sehen wir mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Es hat angefangen. Gott hat mich erkannt. Er hat mich gesucht, er hat mich gefunden und mein Herz ist aufgegangen und ich durfte etwas von ihm erfahren, er hat mir etwas von sich offenbart. Aber das Vollständige, das Vollkommene, das kommt noch. So ist es für Gott eine Ehre, eine Sache zu verbergen. Die Ehre der Könige aber eine Sache zu erforschen. In 5. Mose 17 Vers 18 bis 20 wird uns gesagt, dass Gott dem König aufgetragen hat, eine Abschrift des Gesetzes zu schreiben und täglich darin zu lesen. Von Esra, dem Schriftgelehrten wird uns gesagt, er hatte sein Herz darauf gerichtet, das Wort Gottes zu erforschen, zu tun und zu lehren. Gott hat uns berufen, dass wir auch Könige, Königskinder sein sollen, ein königliches Geschlecht. Jesus ist der wahre König und er hat uns berufen, ihm gleich zu sein, seine Brüder und Schwestern zu sein, Königskinder. So ist es auch für uns eine Ehre, Gott zu erforschen und es sollte für uns eine Ehre sein, dass wir Gott erforschen dürfen. Er offenbart sich uns, er hat uns sein Wort gegeben, damit wir ihn erforschen und damit wir uns erforschen lassen von ihm, das sind zwei Seiten, nicht nur, dass wir ihn erforschen, sondern auch uns selbst erforschen lassen durch ihn. Es ist eine Ehre, wenn du nicht an der Oberfläche bleibst als Mensch. sondern dass du in die Tiefe gehst. Vater, wir danken dir dafür, dass du dich uns offenbart hast und Sündern. Dass du uns die Liebe hast schauen lassen, die in dir ist für uns Menschen. Ja, dass du sie uns erfahrbar machst. durch deinen Sohn. Herr, wir sind so dankbar darüber, dass der Zugang zum Garten eben wieder geöffnet ist und dass wir auf diesem Weg, den wir gehen, diesem Leben, ja, durch dich am Ende zum Ziel kommen werden. Darin, dass wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Danke, dass wir ohne Furcht zu diesem Tag gehen können, wenn du wiederkommst, Jesus, weil wir wissen, dass unsere Sünde getilgt ist am Kreuz von Golgatha, so dass wir nicht fürchten müssen, dass unser Böses vergolten wird. Wir danken dir dafür und bitten dich, dass du uns mehr und mehr verwandelst in dein Ebenbild. Amen.